Ähm, Hallöchen erst mal und Willkommen zu unheimlichen Undertale. Äh... Wie? Das Smile! Das hab ich erst... jetzt gesehen! Äh, ich denke mal bei Blogaufnahme. Äh, Aua. Alter, ich bin verflucht. App premiere. In dermbreht. Ja, das macht prins. Pfft an. Heeres carburant? Finds ein bisschen absoluter, aber nicht revolutionär. ... wird klopp und tanzen los. Bei Geld. Dannけ ich Pfeile. Ich werde mich so dermaßen hassen. Mein Team hasst mich jetzt schon wieder. Alter, ich habe einfach nur so eine reine Gänsehaut. Wie in dem Moment Zupica, wo sie von Ramelia Scarlett gebissen wurde, in einem schönen Schrank. Wie ich einfach dieses Mal ruhig gelaschen bin. Ah, scheiße! Ich bin in den Wangen festgehangen. Nicht! 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 Ich bin in den Wangen festgehangen. Ich dieses Mal ruhig bin, das ist unmenschlich, was ist das? Weil ich wahrscheinlich weiß, was passiert. Hallo! Und ich lasse sie wieder runter. Na, fick dich! Okay, jetzt bin ich echt... Ich bin richtig richtig gespannt. Nach 16... Oh Gott! Ich denke, es ist... Ich denke, es ist... Ich denke, es ist... Alter! Was ich vor Akten... Fäere! Fick dich! Na toll, tolle Erfahrung, Alter, ich glaube, wenn man halt alles vernichtet, merkt man schon, wie böse, dass man einen ist, natürlich, du hast immer noch, natürlich, du hast immer noch, du hast zwar immer noch die Wahl, Hilfe, Aua, du hast zwar immer noch die Wahl, ob du deine Gegner lieber verschonen willst oder wirklich blutmäßig wortwörtlich zwischen erzählen und ich glaube auch, wenn man halt sieht und das spürt, wie viel Arbeit, ich meine, Arbeit in den Spiel gesteckt wurde, Hilfe, ich meine, mit noch so mehrere, also mehrere in dem Sinne Ende zu führen, ich meine, na gut, wenn man das mal davon abgesehen, wie man sie bekämpft. Warte mal, sang dir irgendwas Neues? Nö, sang gar nichts. Nee! Und das Mal bin ich auch langsam aber unsäugend, nicht nur weil, ah! Ich meine, die konnten sich ja nicht wehren, oh Mann, wir vernichten jede. Kein Wunder, dass Sans halt, äh, das nicht gut findet. Und das wäre wahrscheinlich anleuchtend vom, ähm, vom, 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 vom Smile her oben, wenn ein Kampf ausgelöst wird. Oh Gott, in Kombination damit, ey. Ja, ey. Das wird ich bei Sans auch irgendwann. Oh nein! Baby zwingt mich! Und ich habe, äh, Level Up bekommen. Ich gehe kurz zurück und speichere und beende diesen Horror jetzt. So. Noch acht. Und ich kann, ich wieder angefangen habe, töte ich jede. Oh Mann! Äh, wir sehen uns in der nächsten, äh, Part wieder von, ähm, ähm, ja. Von Undertale oder Horrortale. Sucht's euch aus! Also, bye, bye! Vielen Dank.